Musik Beigo und LJ42 entdeckten ihr Talent als DJs. Wir brauchen unbedingt Musik. LJ und ich könnten da gräflich sein. Mein Kopf ist ein guter Verstärker. Und so wurde aus einer Schnapsidee eine Party. Dun, dun, dun. 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 Let's get ready to rumble! Ey Beigo, langsam wirst du mir jetzt empatisch. Abschuss! Was zögerlich begann, endete in einer Party epischen Ausmaßes. Wie in alten Zeiten. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. 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 Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Als der neue Tag anbrach, waren sowohl die Finsteren als auch die Burgbewohner stehend K.O. Los Leute, hauen wir ab! Drake, in welcher Richtung sind Ayla und die Tiere? Hier entlang. Oh? Oh! 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 Wo soll sie denn hingehen, ihr Straudiebe? Untertitelung des ZDF für funk, 2017